sargnägel von günter grass sargnägel woran ich mich halte wovon ich nicht lasse was an der lippe mir hängt weshalb ich mit rauchzeichen mich beweise seht noch lebt es kringelt sich speichert rückstände hält seinen traum wach wieder geschrieben steht und das asche zu lesen ist worte am kreuz seine sargnägel 7 aus anderen zeit weil handgeschmiedet und kürzlich wiedergefunden als der friedhof nabai weil außer betrieb und neu zu gewinnene parkplätze wegen gründlich planiert wurde deshalb rauche ich gegen jede vernunft unter grass